Volodymyr Zelensky sagt, dass territoriale Zugeständnisse zur Beendigung des von Wladimir Putin begonnenen Krieges die Unterstützung eines Referendums in der Ukraine erfordern würden. Der ukrainische Präsident sagte jedoch gegenüber französischen Medien, dass ein solcher Schritt nicht die beste Alternative sei, da es sich um Putin handelt und es ein Sieg für ihn wäre, wenn er ein Stück ukrainischen Territoriums erlangen würde. Die Ukraine wird niemals auf ihr Territorium verzichten, denn das wäre ein Angriff auf die Verfassung, fügte er hinzu und erklärte, dass jede solche Bewegung eine sehr, sehr schwierige Frage sei. Entscheidungen über die territoriale Integrität der Ukraine könnten nicht vom Präsidenten, sondern vom ukrainischen Volk getroffen werden, sagte er in einem Interview mit den französischen Zeitungen Limonde, AFP und Likwipe. Das widerspricht der Verfassung der Ukraine, sagte er, diejenigen, die an der Macht sind, haben nicht das Recht, auf ihr Territorium zu verzichten. Damit dies geschieht, muss das ukrainische Volk dies wollen, fügte er hinzu, ohne die Möglichkeit eines Referendums zu verwerfen. Nach zweieinhalb Jahren Krieg sind Russland und die Ukraine weit von Verhandlungen entfernt, doch aktuelle Umfragen in der Ukraine haben eine Veränderung der öffentlichen Meinung hinsichtlich der Aussicht auf Gespräche gezeigt. Eine im Mai vom Internationalen Institut für Soziologie in Kiew durchgeführte Umfrage zeigte, dass ein Drittel der Ukrainer, oder 32 Prozent, bereit wären, Gebietsabtretungen im Austausch für Frieden und Unabhängigkeit zu akzeptieren, verglichen mit 26 Prozent, die dies im Februar dieses Jahres waren, und 9 Prozent im Februar 2023. Mehr als die Hälfte, 55 Prozent, sind nach wie vor gegen Gebietsabtretungen an Russland, selbst wenn dies den Krieg beenden würde, aber dies ist ein Rückgang gegenüber 74 Prozent im Dezember 2023. Unterdessen berichteten ukrainische Medien im vergangenen Monat, dass 44 Prozent der Ukrainer der Meinung sind, dass es Zeit sei, Verhandlungen mit Russland aufzunehmen.